Wenn man das Ding aber nur von der Feuerrate erhöht Das gleicht den Schaden quasi auch wieder aus. Du merkst nicht, dass die Kanone dann schwach ist, was den Explosiv-Schaden angeht Das Ding haut so schnell die Projektile raus Quasi wie in echt. Du tippst einmal an und das Ding rotiert. Du kommst gar nicht hinterher Das Ding so heftig ist Das ist die einzige Nahkampfwaffe die man einsetzen kann für Einen Schlag und weg Und ich habe gesehen du bist wieder heute als Modder unterwegs. Du kommst mir entgegen ohne dass du dich physisch bewegst Bewegst dich nicht. Also du stehst quasi auf der Stelle kommst dann immer du teleportierst dich quasi Mach ich gar nicht Das kann ich jetzt zeigen indem ich den Clip